Stoina von Blaser, jetzt kommt die Scheibe, jetzt hat es eine Gelegenheit, da ist das 1 zu 0, Anthony Hübner. Jetzt vielleicht Blaser auf Elo, angefälscht, Gustafsson, jetzt ist die Scheibe drin, 2 zu 0, Anthony Gustafsson, das Ding hat haargenau gepasst. Erstes Tor in der Platzierungsrunde. Jetzt hat Elo die Gelegenheit, schießt nicht, lenkt nochmals über und da ist aber Gennion, 3 zu 0, das ist plötzlich Powerplay-Effizient für die ESL Tigers. Gustafsson auf Blaser, Abschluss abgelenkt und der nächste Powerplay-Treffer, es geht ja. Die ESL Tigers erhöhen auf 4 zu 0. Abschluss von Plastino, sofort geblockt, kam nicht weit mit dem Abschluss, aber jetzt das Zuspiel und da ist er drin. Das erste Tor von Alperin, sie lebt aus dem Tori Emerton.